Willkommen, willkommen, hier ist mal wieder euer Sperros zu einem weiteren Video von Assassin's Creed 3. Hier, Sequenz 7, ja ja, das letzte Mal haben wir ja hier zwei Schiffe geentherzt sozusagen. Ja, war nicht ganz so, wie es geplant war, etwas mehr Aufsehen nach Regen da, aber... Ja, dann haben wir hier noch die Fahne geestern, jetzt müssen wir da runter, ja, schwimmen wir einfach mal hin. Nach einem schönen Todessprung, na komm schon, Sequenz 7, ah ja, Mission beendet, ja, zweimal X, aber immerhin nicht dreimal X. So, was kommt jetzt hier? Ah, was ist jetzt passiert? Achso, so. Das Pferd besteigen, achso. Ich sehe es schon, hier müssen wir hin. Ah ja, alles abgefackelt, die haben ja aber auch alles bombardiert. Was macht ihr da? Ah ja, dem Patrioten folgen, okay. Fangen wir eben mal hier... Ah ja. Ob wir auch eine Belohnung bekommen dafür, dass wir hier das Bombardement etwas abgeschwächt haben? Ich werde es ja immer noch donnern. Hm, mal schauen, vielleicht müssen wir noch irgendwo was machen. Alles wird hier bombardiert. Also echt, Sporn geben und mit Vollgas hier den Berg hoch. Und ihr entbittert. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Mit trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Okay. Wir haben Disziplin. Und Ordnung. Oh ja. Und was am Wichtigsten ist, wir haben Leidenschaften. Wir glauben... Ja. Sehr schön. ...wahrt Munition. Fastet auf eine freie Schussbahn und vor allem andere Brenner. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Okay. Ja, werde ich befolgen den Rat. Und was müssen wir eigentlich jetzt machen? Ah. Gut. Kanone. Kanone. Ja. Pit Car. Das war ja unser Ziel. Wie ich vermute. Hat ein Lager auf Moten Hill. Moten Hill. Und kaum an ihn heranfahren. Und beide sind nur euch einander damit. Ich schätze... Das ist gut los. Pit Car. Bis du in den Reihen gehst. Hm. Wir gehen einfach außenrum, würde ich sagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ja. Ich habe keinen Abstand. Durchaus. Du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehse, erwarte ich eine Entschuldigung. Wir schaffen das. Okay. Das Schlachtfeld überqueren, ohne Schaden zu erleiden. Okay. Mal wieder. Ihr explodiert jetzt überall. Verdammt. Alter. Was schießt denn hier bitte? Was? Von wo haben die denn bitte geschossen? Ich habe doch gar nichts gesehen. Okay. Wenigstens können wir das jetzt nochmal machen. Gibt es hier auch nur Deckung? Okay. Verdammt. Von wo kam denn das jetzt bitte? Also schaffen wir das doch jetzt nicht hier. Was? Von wo kam denn das? Nicht schießen! Alter! Wo ist denn hier bitte noch Deckung? Runter! Los runter! Ja runter! Komm schon! Achtung! Nächste Deckung. Eieiei! 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 Ach, da drüben ging's gar nicht weiter. Also, wie die sich das hier gedacht haben, weiß ich auch noch nicht ganz, aber wir werden's schon nachher ausfinden. Ach, hier sind solche Punkte, mach hier zu groß, seh ich schon mal. Alter! Jetzt mach ich das aber nochmal nicht nur, weil ich da kurz rausgeluket hab. Gleich wieder Schaden erhalten. Und zapp! Runter! Los, runter! Davor muss ich! Davor muss ich! So, wann kommt die nächste Salve? Hier hin? Okay. Da drüben sind die Gegner. Ich muss da vor. Komm schon! Nein! Der schafft das ja nie. So, und jetzt? Ja, immerhin. Dieses Mal. Ja, sie schießen. Sehr schön. Haben sie jetzt alle geschossen. Los, runter! Und jetzt? Was? Die haben doch grad gar nicht geschossen. Ich bin ja unten. Hä, wieso ist da ein roter Punkt? Auf der Minimap meine ich jetzt. Was geht los? Was geht los? Was ist denn da? Wieso ist da ein roter Punkt? Was ist denn da? Nichts schießt. Ich war doch kurz davor. Wann soll man denn hier überhaupt laufen? Die labern die ganze Zeit davon, dass sie schießen. Ja, Deckung. Ich frag mich nur, wann ich hier bitte schießen soll. Eieiei, kann der sich denn nicht ducken? Ich lauf schön hier hin und dann duckt der sich nicht. So blöd muss man erst mal sein. Der auch. Ja, runter. Ja, runter. Ich bin ja unten. Die schießen! Was? Sie schießen? Die schießen! Die sagen die ganze Zeit runter oder sie schießen. Wann soll man denn hier sich überhaupt bewegen? Es geht los! Es geht los, ihr könnt mich mal. Die haben doch gerade erst geschossen. Wie schnell laden die denn bitte nach? Es ist abnormal. Und hier ist schon wieder dieser roter Punkt. In Deckung! Naja. Alter, die schießen doch mit Dauerfeuer. Da kann man doch überhaupt nichts machen. Also ich verstehe das echt nicht. Und dann noch ohne Schaden zu nehmen, hier überqueren. Vielleicht gibt es ja eine andere Route. In Deckung! Gibt es hier drüben oder irgendwo in Deckung? Alter, was ist denn das? Wer hat denn den Scheiß hier gemacht? Das ist doch unmöglich, da irgendwie ohne Schaden zu nehmen, das Schlachtfeld zu überqueren. Ja schön, Feinde sind in Reichweite. In Deckung! Ja schön, Feinde sind Reichweite. Es geht los! Wir labern die ganze Zeit davon, dass es los geht. Verschüßt! In Deckung! Okay, schauen wir mal an. Die schießen! Runter! Runter! Mensch! Also das hier werde ich wohl nicht bekommen, ohne Schaden zu nehmen. Runter! Runter! Okay, das war knapp. Da unten ist doch eine Deckung, oder? Gebt in Deckung! Jetzt müssten sie doch mal nachladen. Komm runter! Und schon wieder nimmt der einen Schuss ein. Ey, das gibt es doch nicht. Echt schlimm. Ich wüsste nicht, woran ich hier erkennen soll, dass ich irgendwie rüberkommen kann. Sicher. Deckung! Runter! Los, runter! Eieiei, lauft doch einfach. Schon wieder alles rot. Und wie soll ich jetzt da rüberkommen? Es ist doch um das reinste Dauerfeuer hier auf uns. Und zum Heilen haben wir auch nichts, oder? Feuer! Alter! Das gibt's doch nicht. Fast die ganze Episode hier damit verplempert. Dieses komische Zeug hier auszuprobieren, was nicht funktioniert. Ja, Bekanntheitsgrad, der ist mir hier eigentlich scheißegal. Wenn's nach mir ginge, würde ich da ganz außen rum gehen und gar nicht irgendwie versuchen, hier durchzugehen. Aber da ist man ja dann außerhalb des Gefeels. Geht los! Okay. Und hier... Ich war doch schon hier unten. Die können mich gar nicht getroffen haben. Außerdem, wer hat geschossen? Die große Salve war doch schon lange vorbei. So, jetzt hat die große Salve geschossen. Ich lauf hier runter. Und fang wieder einen Schuss ein. Das ist... Irgendwie verstehe ich nicht, wer das hier programmiert hat. Aber das ist einfach unschaffbar. Da wartet man die große Salve ab. Die Gegner fallen alle um. Man rennt los. Von wo jetzt hin? Man kann ja nicht mal den Schüssen da irgendwie ausweichen. Runter! Los, runter! Und wieder haben sie mich getroffen. Und die laufen mir da einfach hinterher und sind putzmunter. Ich verstehe das alles nicht. Ich gehe jetzt hier rüber. Mir reicht es jetzt. So, wo ist eine nächste Deckung? Ja, jetzt feuern sie. Es hat Bumm gemacht. Und jetzt kann ich loslaufen. Und schon wieder nehme ich Schaden. Ich habe doch... Wer hat denn da bitte geschossen? Die haben doch gerade alle geschossen. Echt schlimm. Ja, schreien wir Deckung. Ist mir jetzt auch scheißegal. Dann bleibt er immer gleich stehen. Geronimo! Nein! Ich will nicht sterben! OMG! 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 Okay, okay. Ich werde die Folge hier wohl beenden lassen. Die Zeit ist mal wieder rum. Und ja. Ich pausiere hier das Ganze mal. Ich sage dann mal hier wieder Tschüss für diese Episode. Ja, es hat nicht ganz geklappt, wie es klappen hätte sollen. Oder was auch immer. Ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hoffentlich wird es dann etwas besser klappen. Bis dahin. Adi Vida Chi. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.